Hallöchen meine Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge, Alter, was geht ab? Einer neuen Folge Minecraft Minigames Aero mit meinem Freund Maxi, wieder mal. Hallo Leute. Und heute mein vier Abonnenten Special und zwar YOLO. Also wir dürfen... Wir müssen die anderen auch, die Blöcke bauen lassen. Obwohl, nee, am Anfang würde ich sagen, sollten wir uns schon Blöcke machen, um in die Witze zu kommen. Keine Treppe, mein guter Mann. Oder schlechter Mann, weil du so dumm bist. Mal gucken, ob ich einen kennen. Let's Eddie. Was geht ab, Junge? Donner, Junge. Nelcy Player, Matt, bei Kuchen, Blocks, Experte. Achtung, gelb, nee, doch nicht. Ich hab keinen Block mehr. Stop, stop, stop. Ich hab keinen Block mehr. Das ist wegen, da kann man springen. Vergiss es, Alter. Ah, ich hab geleckt. Das heißt. Nein, es ist unmöglich. Ja, bei mir hat es voll geleckt, deswegen. Boah, Alter. Vier Blöcke brauche ich nur. Das reicht schon. Und jetzt können ja auch seit dem neuen Update mehrere Reiner in Daufe wohnen. Das find ich ganz nice, ja. Boah, jetzt hat der Wichser da Blöcke. Boah, Alter. Nein! Meine. Gut. Lol. Nein, komm zur Grünen, da ist, ähm, hauen wir die runter. Der rechts am Silber gehört mir. Scheiße, ey. Lol, der hat mir noch eine mitgegeben. Ah, der ist auch unten. Bist du auch weg? Ich versuche mal einen Block mit der Hand zu stören. Hab ich nur einmal gepackt, nee, ich hab's nicht mehr geschafft. Okay, komm direkt wieder in die Mitte. Ich lebe noch, ich hab nur zwei Herzen verloren. Achso. Lol, aus dem Geld. Jetzt bin ich tot. Ich komme auch. Da ist der Klubschi-Junge. Lol, Alter, wie können die mir den Alter Eile geben? Da war doch keiner. Was zuletzt, Eddie? Das war grün, oder, wo wir hingehen? Mh. Nö, ist läd' nicht nach. Da ist der Klubschi. Alter, es läd' nicht. Es läd' nicht. Ja, ist war grün. Ähm, komm, bist du hinter mir? Warte. Komm. Gelb greift gerade grün an. Scheiße, wieso habe ich jetzt keine Pickaxe dabei, ey. Leck mich doch. Ah, da muss ich. Ah, da muss ich. Ich will den grünen Kellern. Huuu. Trollow. Achtung, Lüppschi-Junge. Lol, 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 lol. Lol, lol, lol. Trollow, lol, lol. Ich hab's ganz vergessen, die Mucke einzublenden. Blenden, das mach' ich jetzt. Ähm. Verkess' ich aber auch immer, ey. Das kotzt mich voll an. Ähm. So. Dadadadadam, dadadadam. Ja, kommst du mit, oder wo bist denn du? Ich bin hier hinten, hier, warte, ich komm. Ich sitze hier gerade ein bisschen blöd. Lol, die fallen da synchron runter. Ui. So, ich komm. Jetzt müssen wir mal meine tiefe Stimme zeigen. Meine Tiefen. Hallo, meine liebe Minecraft, Freunde. So dumm ist der. Ui. Lol, 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 lol. Ah, ich komm. Der Klubschi? Was will der denn mit nem Schwert? Der kann doch nix. Klaus steht da, Dingens wurde von Klubschi gekillt. Der sieht anders da. Ich hab' ihn gekillt. Oh yeah. Oh yeah. Gib mal ein Block. Ist das jeder schwarz oder Kau oder bei Kuchen? Oh. Battle, jungen Battle, battle, jungen Battle, Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl Max! Warte! Loll! 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 Ich kann gar nicht mehr... Alter! Alter! Gut! Mama, fliegen die alle nach hinten? Achso! Boah Junge, was leckt das bei mir gerade? Alter Vater! Äh, endlich! Äh, endlich! Da, dem, 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 dem! Welcher ist denn das? Ist das bei Kuchen? Ja, das ist bei Kuchen, der Klubschi. Ah, seht ihr mal, was Optifine hier alles kann, ja? Ich geh mal auf den Block. Wo gehst du denn? Max? Hier bin ich hinten. Bei den. Und ich geh den einen... Eihol! Eihol, das ist voll das Baby, wie der... Er hat voll die Babyface und der spiegelt an den Füßen. Babyface. Lollollolloll! Du kleiner Scheißlappen, ey. Boah Junge, will ich hier einfach abräumen, alle! Ich hab schon zwei gekillt, aber der wird mich killen, ja. Oh, wir sind ja zu viert. Ey, ihr könnt ja auch mal schreiben, wie ihr das findet, wenn ich die Musik im Hintergrund anblende, oder ob ich mal andere nehmen soll, nicht immer die gleiche. Achtung, da kommt der Lappen, der mich gekillt hat. Loll, loll. Legs. Ich geh grad zu gelb. Hallo! Einen Yolo-Gänger töten wir uns. Das ist unglaublich. Ich bin nicht YOLO, weil ich Bronze dabei hab. Das ist aber YOLO. LOL! Der war nicht mal unten, Alter! Ich hab gedacht, der wär unten, hab ich schon wie auf dem Rückenweg gemacht. Bei uns war einer an der Base. Der YOLO-Gänger. Achtung, Hübschi. Ich weiß, das ist das Babyface, Junge. Das ist voll das Baby, wenn du den anguckst. Das ist voll süß, Alter. Der aussieht. Leck, 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 leck. Lalalalalalalalalala. Hübschi lady. Let's Eddie. Let's Eddie und Babykuchen. Die kann nichts. Die kann nichts. Gelb wurde gestört. Gelb wurde gestört. Hast du zerstört? Nein. Ich hab doch gar nichts. Das soll YOLO gehen. Das Lied ist, finde ich, auch schön. Wer kommt denn? Da! Warte, scheiße. Ich will ihm eine mitgeben. Komm! Nein! Oh, das Lied ist auch gut. Finde ich. Ich finde alle Lieder cool, außer so ein paar. Max, wart auf mich, wart auf mich, wart auf mich. Komm! Rechts ist, äh, rechts ist Baby im, im Dings. Baby Junior! Loll, der hat mir voll ein Null. Schnapp ihn doch ab, Mann! Let's Eddie! Warte, ich mach das jetzt so? Dass der sich rüber baut? Ich seh die, Max. Ich hab die Rückenansicht. Willi? Okay, das scheint so viel zu bringen. Da oben ist ein blauer, der ist von uns. Ich bin auch nicht YOLO, ich hab einen Block. Oh, das ist gelb. Bin auch nicht YOLO, ich hab nur Pick-Echsen. Echt? Nein, Scherz. Achtung! Oh, ne, der ist bei uns. Komm, jetzt machen wir. Das ist gestört. Ich hab keine Rolle. Scheiße. Geht aber runter. Warte. Was ist denn ein Kanal? Scheiße! Bist du so ein Blocks-Experter, Alter? Dann bau dich doch rüber, wenn du so ein... Lock-Ex-Werde? Ja, der heißt so. Der Babykuchen ist geschoben. Ist ja alle Babykuchen wieder. Achtung, geh nach dir! Dein Scherz. Ich bin eh nicht drauf reingefallen. Wer war das? Was? Achtung, komm mit! Max, ich baue Block unter mir selber weg. Nein, lass das. Nein, ich wollte... Hab gerade aufgehört! Rot ist alleine, Alter, komm. Ach, Scheiße, wir dürfen ja nichts machen. Achtung, ein Block... Ah, ne, der ist bei uns. Scheiße. Wenn wir zu gelb gehen... Wenn wir zu gelb gehen, könnten wir... Eintere ist zu rot, ne? Nein, das war scheiße. Äh, das war falsch. Eines ist auch falsch. Ja. Fuck. Ähm... Ich will ein gutes Lied machen. Oh, was ist es denn? Das. Die Folge wird auch hammer lang. Zehn Minuten, Moment. Hm. Oh, wir haben ja noch einen ganz anderen Weg. Wollen wir die hochbauen? Und da haben die uns hier denn gebaut. Eine Rolltreppe da. Oh, das liegt so viel Geld. Loll, grüner Bogen! Oh, liegt so viel Gold. Ich sammle es ein, aber ich kann es nicht verwenden. Ah, das ist ja ärgerlich. Ich habe zwölf Gold. Ja, und es ist halt eine YOLO-Runde. Ärgerlich. Ich schmeiß es. Nein, geh zurück. Und gib es uns einem Kumpel. Ja, aber nein. Obwohl, können wir da mal eine Ausnahme machen, wenn man schon die Chance hat? Ja, ehrlich mal. Lol. Was machen wir jetzt? Ja, nein, aber es heißt ja YOLO-Runde und kein, mit Ausnahme oder so. Es ist ja eine YOLO-Runde und die soll es halt auch bleiben. Mit Ausnahme von Maximilien Boss. Oh, der rote Block ist gleich weg. Okay, ich gebe es hier dem. Ey, Leon. Ey, Leon, hier, lang, lang. Ey, bleib mal stehen, du Kopf. Oh, wie dumm. Mann, bleib doch mal stehen. Ich überrasche den jetzt hier. Wir sollen mal warten, der Pisser. Schmeiß das jetzt da auf den Block. Ich bin auch nicht YOLO. The baby Kuchen. The baby Kuchen. Ich habe viel Silber. So, ich habe jetzt die zwölf Gold dahin gelegt. Was auf. Ja, ich weiß. Warte. Scheiße. Ja, super. kommen nur noch gegen grün jungen ja der bogen sind ja noch drei wahrscheinlich jetzt drauf und lass uns aufbogen nehmen ja gut von dann können wir jetzt ist er weg oder kommt ein grüner wichser und er wird mich ja als hast du hast doch so ganz viel gold ja das habe ich dem da heute alles ja du hast auch damals vorhin gesagt da gibt es eben unser komplizt ja gut dann machen wir doch keine dann machen wir doch jule runde also wir werden von zwei silber türen belagern das heißt es ist nur eine an der base gar keine los ja wie wir dürfen wir haben die jolo runde an die anderen von uns bringt blöcke mit ist jetzt egal wir brauchen gar keine blöcke wir gehen einfach über den silber turm ich gehe mit dem kumpel ich glaube da ist gar keiner bei denen er ist uns schlecht im bau schießen nee der ist ganz gut finde ich ich habe acht gold aber scheiß drauf 8 silber nein der rechte wir haben recht mit mir ging gerade zu grün aber ich kann damit kommen ich habe den da runter gehauen ja ich habe den sogar gekillt um nur noch ein 2 2 die sind bei uns am Silberturm die war all die einbauen ich war aber nicht hast du dich mittlerweile schon mal ausgerüstet ne oder aber auch nicht ab hierher komm 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 ja ich sehe es und sag grad schon sagen aber bin ich gerade gestorben und das muss ja nicht sein na triffst du mich scheiße jetzt hat er mich Achtung wir sind weg komm schnell ja der eine ist unten geil oh der andere lebt noch komm Yolo komm 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 wir gewinnen das noch okay darf der Block nicht abbauen haben noch gehindert nein fuck komm der packt das nicht woher verpiss ich den Hauder ja einfach hinterher rachen Junge Alter du hast keine Chance gegen uns das willst du ich geh in die andere Richtung ich fang ihn dann ab lol ich hab ihn so jetzt noch von der anderen Seite und dann einfach runter jetzt ja ja also weg ja gut alter geile Runde und nur Yolo what the fuck einfach nur scheiße ich hab ohne H geschrieben aber egal einfach geile Runde Junge ähm und ich würd sagen das war's auch schon wieder wie lang war's 18 Minuten ach du scheiße geile Runde und nur Yolo boah Moller und ich würd sagen bis dahin ciao ciao oh warte ich will das so machen oder ich würd sagen haut rein Leute und bis dahin ciao 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 Ciao